Marco Anthony Perella ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Leben Marco Perella begann zunächst ein Studium an der Stanford University, das er aber nach seinem ersten Jahr abbrach. Danach arbeitete er zunächst als Bauarbeiter, Feuerwehrmann und Musiker, bevor er für eine Rolle in West Side Story vorsang und fortan verstärkt am Theater auftrat. Seit Mitte der 1980er Jahre erhielt er dann auch erste Rollen in Film und Fernsehen. Sein erster Auftritt im Rotmovie Fandango wurde vor Veröffentlichung des Films wieder herausgeschnitten. Dann folgten aber Rollen in Filmen wie Nightrider 2000, J.F.K., Tatort Dallas, Perfect World oder Lone Star. Mehrfach trat er in der Fernsehserie Walker, Texas Ranger auf. Perella arbeitete wiederholt mit dem texanischen Regisseur Richard Linklater zusammen und trat in dessen Filmen Fast Food Nation, A Scanner Darkly, Der dunkle Schirm und Boyhood auf. Im Jahr 2001 veröffentlichte Perella seine Autobiografie Adventures of a No-Name Actor. Er lebt in Georgetown, Texas und ist mit der Schauspielerin Dan Perella verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Filmografie, 1988, D.O.R. Bei Ankunft Mord, 1988, It Takes Two, 1988, Hitman, Cone und Tate, 1988, Panko Barnes, 1989, Night Game, 1990, Challenger, 1990, Black Snow, 1990, Envidance of Love, 1991, Nightrider 2000, 1991, A Seduction in Travis County, 1991, J.F.K. Tartor Dallons, 1993 zu 1994, 1999, Walker, Texas Ranger, 1993, Mein Freund der Zombie, 1993, Fatal de Sepzen, MS. Le Havi Oswald, 1993, Perfect World, 1994, Shadows of Desire, 1995, Tall Dark and Deadly, 1995, 1995, Die Ehre zu Fliegen, 1995, The Man with a Perfect Swing, 1996, Lone Star, 1996, To My Eyes for Zachary, 1996, Escape from Harm, 1996, Deep in the Heart, 1997, Kisto Tulsa, 1998, Tulei Wilgen, 1998, 1998, Verliebt in Sally, 1999, Versity Blues, 2000, Brothers, Dogs, and God, 2000, Hells Warm, 2000, Picknick, 2000, Miss Undercover, 2002, Beyond the Prairie, Part 2, The True Story of Laura Ingalls Wilder, 2003, Das Leben des Sarve Gill, 2003, Roses, 2004, Friday Night Lights Touchdown am Freitag, 2005, The Wendell Baker Story, 2005, Sin City, 2005, The King oder das Elf, Gebot, 2005, No Pain No Gain, 2006, Fast Food Nation, 2006, A Scanner Darkly, Der Dunkle Schirm, 2006, Kaltes Blut auf den Spuren von Truman Caputti, 2007, Elvis and Annabelle, 2007, Love and Mary, 2007, Broke Sky, 2009, Spirit Camp, 2012, Deep in the Heart, 2014, Boyhood, 2015, The Devil's Candy, 2015, My All American, Werk, Marco Perela, Adventures of a No Name Actor, Bloomsbury Publishing, PLC, 2001, ISBN 9781582341552.